Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Bitcher 2 im Stream. Ja, sieht ja nicht wunderbar aus. Ja, ein Bild von einem Mann oder so ähnlich. Sehr zerschunden allerdings mittlerweile, naja. Äh, egal, wir wollen natürlich jetzt weitermachen und diese Schlacht uns mal antun. Mal gucken, wie das abgeht. Hey, Volltest, na mein Freund, wir sollen mit dir reden. Oh Gott. Außerhalb der Reichweite der Ballisten, ja, ja. Das ist so. 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 Ich habe keine Ahnung, dass Ihr Grace ein gelernt, die Militärin. Ich bin nicht. Ich habe die Baroness das Balliste zwei Jahre zu sehen, für sie Geburt. Sire. Was sagen Sie, Excellency, von Menschen, die in spite der solche Wurz? Und was sagen Sie, Ihr Grace, von Soldaten, die sie in den Wurzeln? Diejenigen, die das gemacht haben, nicht mehr leben! Oh, ich bin ein Kerl. Never paint! Norman Seydal, noch ein Arbalist? Ja, Sir! Der Kampf ist nicht so nett zu mir. Ha! Norman Seydal! Für eure Jahre der vertrautlichen Service zu der Krone, ich bezeichne dich als Kurian des Arbalists. Aufwärts, Damen und Herren! Kein Grund, zu dordeln! Dieter in-game, geil. Chiro, geil. Ziel auf den Punkt in der Warn-und-Drücke-X-Long zu schießen. Oh, großartig. Ähm... für ihn, ich glaube, Nara wird das niemals mehr machen. Entschuldigung, meine Kandor, Ihre Majestät, aber, äh... ich muss fragen, welches Geist erwartet die Royal Bastards, wenn, äh... sie sind meine Kinder? Wenn ich einen Bastard höre, dann wird jemand wieder sterben. Schmerzhaft. Deine Gründe, entschuldige mich. Aber... Die Laws der Succession sind... irrefütendlich klar. Piss auf die Laws! Ich werde sie ändern, wenn es notwendig ist. Ja, was stimmt. Die alten Familien werden nie einen Redanian auf meinem Throne akzeptieren. Ada wird sich selbst mit Redanian verlieben. Ich verstehe. Irgendwas zwischen... zweieinhalb und drei Kilometern, Sie werden mich glücklich machen. Sie werden mich glücklich machen. Sie werden mich glücklich machen. Sie werden ihn mit dem Schmerz. Sie werden ihn schweig. Aber Triss Merigold hat gesagt, dass ich mich glücklich und lieblich bin. Was ich? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe, dass sie sich schweig. Aber das ist unser Geist. Ha! Ich habe deine Hüge aufgemacht. Sie haben nichts über den Assassinen gelernt? Triss hat eine Autopsy. Es ist möglich, dass er ein Witcher war. Ein Witcher? Oh, Herr Läzgerl. Was habe ich denn zu den Witchers gemacht? Er hat keine Medallion, aber das bedeutet nichts. Viele in Ihren Schoen würden diese Informationen mitnehmen. Nach dem Krieg, Triss wird mir informiert. Für jetzt, uns zu den Traitern antworten. Oh, jetzt kommt's. Jetzt muss ich schießen. Da habe ich jetzt nicht wirklich Bock drauf. Oh Gott, der mit dem roten Hellenbusch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist wunderschön. Hallo, ich kann nichts tun. Achso, doch. Wie wäre es so? Ich darf nicht. Darf ich X drücken? Ja. Ich weiß nicht, was ich drücken muss. Achso. Ah, muss ich drücken. Das wird sicher nix. Oh, das war ein bisschen zu hoch. Ups. Ja. Man kann ihn sicher treffen, aber ich habe auch keine Ahnung, wie die Umrechnung und wie... Du hast mich ballistische Erfahrungen? So eine Scheiße. Egal, wir kriegen ihn schon noch. Den Drecksack. Aber ich glaube, so hätte ich mir einen schwierigen Gegner erspart. Na ja. Oh Gott. Und jetzt auch noch im... Oh Gott. Jetzt auch noch im Belagerungsturm. Na herzlichen Glückwunsch. Und die armen Sklaven müssen schieben. Nur in Unterwäsche. Na herzlichen Glückwunsch. Ich bin bereit, Luisa. All sie müssen tun, ist zu kniehen vor der König. Sehr noble, wie du. Du bist mir schiefst? Never mind. Ich bin sicher, Luisa wird ihre Fehler tun. Beside, die Kinder sollten eine Mutter haben. Ich bin verloren. Das ist ziemlich einfach. Luisa und ich hatten ein bisschen ein Tipp. Sie machten Fragen, ich konnte nicht furchtieren. Entschuldigung? Ich glaube so. Count Echeverry und andere immediately intervened. All noble, all sympathisch. Sie sagten, dass der Schreie schweigelte ihre Kinder nehmen. Aber sie würden sie schützen, sie auf dem Throne. Und die Baroness war es. Eine Mutterlige Liebe benutzt. In Wahrheit, sie wollen die Privilegungen, die die Schreie verletzten haben. sprich hier mit dem könig ich weiß warum habe ich eigentlich nicht mehr so viel euch hätten wir mehr weg haben zum scheiß ja man ist nicht wirklich sicher in diesem holz gott seid ihr alle bescheuert aber hey die haben wenigstens rüstung an wir haben gar nix wir haben einen stoff werden so lederhemdchen an so ein bisschen mit schnieden verstärkt aber ist cool warte mal was gucken jetzt sind wir nur level 1 wie gemein that tower was ridiculous it was designed to break the rebels morale a bunch of lords and lordlings took a ride to the compass the stride on top of the walls while the real army fought and died below them in the shit and this field streets if years of service have taught me anything it's at the highborn done the best costumes and get the best vantage points whether at a ball or in battle but it's not the time for that kind of casting with you continue your story der beginn der erstürmung ja things went relatively smoothly night we came out of that tower that is until we ran into area lava let oh ja jetzt kommt fun warum immer du eine kapuze auf was die behindert nur die sicht und schränk dich ein witcher ist doch alles doof mensch wow seid ihr helden ja so läuft es bei der schlacht man läuft rein und instant sterben die ersten das ist wunderschön wie unter mit ihr je nice like it kill them all kill them dead aber das war einfach lord suxen you shall push for the center aisle and bring down that gate it's a good day to kill your majesty follow me gentlemen fort temeria lord swan you and your men shall follow me hör auf den schiro wir müssen kaptur oder anders mit aryan lavalette in order to break the defender's morale ja sie groß gerald gentlemen follow me for the glory das ist auch ein patch paint ich hab die datei eben ausgetauscht damit wir deutsch untertitel haben können sonst hätte ich mit englischen gespielt und ja es wollen ja alle immer deutsch untertitel fall back god dammit ich verbinde euch zu sterben wie imbecile hör mich wow die fliegen eigentlich die bolzen da oder die pfeile hab das gesehen das waren pfeile die mit armbrüsten geschossen wurden das ist absolut unmöglich ah wir müssen die balliste jetzt holen das ist cool es ist signifikant einfacher jetzt wenn es nicht mehr so ruckelt aber guck doch mal das sind pfeile und die auf den mauren haben alle armbrüste was soll das denn mit armbrüsten schießt man bolzen und vor allem fliegen die selbst pfeile fliegen doch nicht so wie spannen die typen denn wir kannst doch keinen mehr töten egal egal wir müssen auf jeden fall da runter wo ging das nochmal da runter ich könnte direkten weg nehmen hui geil wir werfen uns nicht von der mauer oh da war das schwein oh da lag was nett ein bisschen tuch genau klau den armen schwein durch ihre leichentücher ne super machst du das gerald ähm welcome okay vielleicht doch nicht richtig hier müssen wir wirklich hier runter aber das überlebt der doch nicht besiege die bewacher der balliste und macht das gerät schussbereit ich habe leider keine fernkampfwaffe von daher wo geht hier der weg runter ich weiß dass irgendwo so eine treppe gegen oder sowas ne ich meine irgendwie sowas war das oder muss ich da echt ich muss da echt runter springen oder kann ja wohl nicht sein ausgeleierte armbrüste ja genau ach hier ok vielleicht gehen wir hier lang lalalalalala lala 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 ich geh hier mal kurz und ist cool ja hier müssen wir springen sehr gut das ist cool Freunde wir brauchen also unser Stahlschwert und jetzt geht hier der Punk ab so ich hätte aber gern was ordentliches Art wäre eigentlich mal ganz cool will ich mal ausprobieren na Freunde alles cool guck mal her und du bist tot er hat ja hübsche Schwertchen ne oh 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 scheiße wir sind doch immer zwei okay dich haben wir haha das war noch relativ einfach aber wow seht ihr was die für einen Schaden machen ich glaube ich nehme mir mal Irden mit habt ihr hier irgendwas leckeres ich muss aufpassen dass ich immer das mit dem Medaillon mache warum er auch immer da stehen bleiben muss für wo sieht man denn wann das wieder aufgeladen ist ah jetzt ok dahinten ist was ok cool wirken von Zeichen ok ok muss ich hier ein Zeichen wirken oder war das ein Safe Point apropos Safe Point ich sollte vielleicht mal speichern äh muss ich dort ein Zeichen wirken ein Ort der Macht achso ah ok 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 ja jetzt war es wieder achso und das hat mir eine Art Verbesserung gegeben ja dann nehmen wir doch Art oder was ist das für eine Verbesserung oder was ist das für eine Verbesserung irgendwie bleiben wir jahle 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 oh ihr brennt aber gut achso jetzt kriege ich hier auch noch Zeug ab ne das ist ja noch schöner wie ich hier einen auf die Schnauz bekomme sehr gut Gerald machst das super einen nach dem anderen wegkiten hier oh nein wow scheiß Ritter Ritterschwein ja man läuft gut wow 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 nein 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 nicht Gerald nicht so viel auf einmal wow er hat dann gut verriert wow böse musst du böse sein mein Freund alles cool wir sind hier nur im Spielen leistens Scheid aua da hat mir schon wieder einen scheiß Pfeiler von hinten getroffen Dreckschweinchen dass du bist haben wir noch irgendwas Gutes das könnte ich noch ausprobieren ich könnte mal ein Axie an ihm ausprobieren mal gucken ob das funktioniert ja komm und jetzt hau deinen Typen um dein Freund Aua diese scheiß blöden Bolzen ey ey das macht voll Spaß gerade ich hab das nicht mehr so gut in Erinnerung was das lag bei dir das tut mir leid Jiro ich habe es gerade aus dem Lager geschafft ja es ist noch nichts passiert im Grunde sorry Na Freunde na Freunde oh du bist wieder fit oh scheiße ach ich muss erstmal die blöden Ambrosärsche ausschalten lalalalalala Aua wieso triffst du mich dann zur nächsten ich schlag nur auf den schild das ist ja wahre freude mit mir hier ich bin ja der beste kämpfer aber ich bin noch nicht gestorben auch wenn es gleich der fall sein wird jetzt schon kommen dann wo du lebst ja noch ein bisschen zäh mein freund ganz schön zäh ich würde gerne das einsammeln jetzt regeneriert ich mag hier halt das ist schlimm ist ja peinlich mit dir was du hier wieder veranstaltet ich rede ja gerade mal durch und guck mal ob ich noch was finde scheinbar oh gott warum seid ihr denn da ne 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 freunde ne 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 ach crap okay bleibt schön da ist alles cool alles cool sehr gut paar orans da liegt auch noch was gleich haben wir so mit der balliste alle tot ich mich nur erstmal umschauen aber das schlimmste ist ja nicht mal die schlacht selbst das schlimmste ist ja was nach der schlacht passiert vergewaltigung klünderung und scheiß richtig ekliger kack die wandbreite für dich selbst paint das ist super das ist immer schlecht shiro wenn man das internet noch teilen muss oh ich muss vielleicht mal ein bisschen spammen oder gibt es noch eine kleine sache hast du gesagt hier hat er mal auf oh nein da kommt jetzt noch so ein ars was gibt es denn hier für eine kleine sache da muss ich erstmal nachgucken leute bevor wir weitermachen danke für den tipp na wow wieso kommst du heute wir sind jetzt aber mehr so viele oh das gibt es doch nicht schweine bär guck mal der schweine bär ey wieso kannst du nicht zwei gleichzeitig treffen gerald oh gott guck mal wie er tanzt tanzbären ey wunderschön ich mag art das muss ich sagen du hast auch noch mal ein art ab und dann was ist denn hier noch schönes ich soll mich umschauen hast du gesagt du warst schon da und hast direkt drauf gestartet ich sage nur hoi wirklich was soll da sein ach so ja dieses easter egg äh ja ja genau ihr lernt es wohl nie neue fertigkeit meuchelmörder okay ja das ist das ach so da habe ich keine mehr daran gedacht dass hier ist das easter egg zu assassin's creed so so würde es in wirklichkeit aussehen ja großartig gibt es hier noch was nee was ist die fertigkeit meuchelmörder gibt sie hier glaub nicht oder genau mehr die stille wächterin versuchen wir das ganze jetzt noch einmal und spannen mal die balliste ordentlich und spann jetzt jetzt kill sie alle 15 prozent mehr schamlich einen rückenschlag oh danke nara das war nice perma buff for the win oh ja großartig ähm gerald hast du auch gefeuert ähm gerald was machst du warum lässt du dich jetzt schon wieder ablenken und so naps äh okay cool ich nehme erstmal den weak link raus ne ich nehme erstmal den weak link raus komm her komm das ist voll lustig ja au 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 das war das war eingekesselt das war nicht nett der war nicht cool er vernichtet die lilien hast du irgendwie einen schaden mein freund und abgestochen so nächster ich glaube jetzt wärst du sogar einfacher dann du bist so gut wie tot aua der hat mich nicht noch erwischt das ist ja gerade dann und du ah das war natürlich gerade in dem Moment in dem du dein scheiß Schild wieder rumgezogen hast ne lauter lilien ich weiß nicht was du mit deinen Lilien hast ah blöden Schilder ist ja wie ein Dark Souls hier der war schön so und nun darf ich euch jetzt alle töten also ohne per Hand sondern nur mit der Balliste was viel cooler ist okay ausrichten jetzt mal oh moin 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 komm schon komm schon komm schon sich da raus warum muss so ein blödes ding sein ach die Lilien sind das wappenzeichen und volltest ah okay oh und nochmal ja nächste Welle das war einfach ja ja du Lilien Fanatiker ey du bist doch nur sauer weil deine Eltern dich nicht Gärtner lassen werden wollten ne werden lassen ich kann nicht mehr reden au der hat mir getan geralt das war richtig Schmerz einfach hinter die hier und abmetze wenn es geht die sind doch einfach äh das war's oh ich dachte mir noch mehr so jetzt kommen wir endlich mal weiter Leute ist ja schlimm hier die sind aber auch ne die sind aber auch kill him dead das war ein schöner Schuss hätte ich nicht hinbekommen Tau the Stormer yay ich habe irgendwas bekommen ich glaube XP hm ja das macht voll Spaß gerade das Kampfsystem macht gerade echt Spaß später bei den Monstern nicht mehr das weiß ich aber hier ist gerade voll lustig warte mal was nehmen wir für euch ach ich mag eigentlich Art ne Art ist lustig Ilden Igni Igni ist doof das macht nicht genug ihr könnt es mal mit Axi ausprobieren und den ersten hier direkt schon mal äh einnehmen guck mal dann dürft ihr euren Weakest Link töten ist das nicht toll ach schön ach guck mal wie sie spielen ist das nicht super das ist super ich finde das super aua wieso habe ich jetzt was abbekommen ach so weil das hinten scheiß Bogenschütze sind natürlich jetzt habe ich den auch noch getötet ich wollte eigentlich einen anderen töten aber ich kann immer nur einem Schaden machen das war auch einfach zum Glück gehabt seid ihr noch alle ohne Rüstung und alles au warte wie konntest du da vorbeischießen du Sack ich glaube ich bin der einzige Spieler der hier so lange braucht an der Stelle wow der einzige Spieler überhaupt moin Freunde der Witcher kommt und der haut euch kaputt und danach nehmt ihr eure Frauen ran das macht er leider wirklich du hast ein bisschen verpackt ne habt ihr was fallen lassen da unten ne sieht nicht so aus ok hast du was fallen lassen da muss ich drauf achten man rennt hier so schnell weiter man guckt nicht ordentlich gibt es hier was wahrscheinlich da geht es auch nicht weiter da können wir eventuell hoch gehen mal gucken ob es hier bei der Tür weiter geht nein wir müssen da hoch ok cool er kann nur 15% mehr Schaden machen wenn jemand den Rücken trifft bekommt aber selbst 200% mehr Schaden wenn er im Rücken ja genau eben das ist ne das ist wie Dark Souls die Gegner die Nerven so hart sie schreien ok oh guck mal hier liegt Zeug für uns und ja hier ist anscheinend schon ja ich nehm gerne euer Zeug mit ist cool Freunde ich mag Zeug Zeug ist super oh ein Kurzschwert nett kann man sehr gut verticken weil bei mir wird es nicht gut sein der Witcher nutzt ja eigentlich so einen Quatsch ich frag mich sowieso warum er so ein komisches Schwert dabei hat nimm und mach Geralt wir hauen jetzt hier kaputt hast du überhaupt irgendwas was nichts sinnvolles ja es ist sehr einfach wenn die einen in Ruhe lassen dann vorderster Freund ja moin na freund guck mal hier gibt es ein Schwert ins Gesicht mein Schwert gibt es in dein Gesicht kannst du ruhig noch ein bisschen rumwurschteln hallo der zwei sein Rücken guck mal wie wir auseinander nehmen ist ja voll geil und voll Arsch richtig Arsch ok 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 nom 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 ich hätte gern alles dankeschön wo geht ihr hin ihr wollt da oben Spaß haben oder was ja lass voll das alleine gehen ich bin gleich da ist alles cool alles cool halt durch halt durch Dann und dann Kill them all Für den komischen Volltest-Futzel da Wo auch immer wir den so cool finden Wobei der sich König nennt, der Affe Er ist voll lustig Jetzt kill em Oh ja, ach der Kampf, okay, ich erinnere mich Ich nehme mir mal ein bisschen Gwen Und dann nehme ich mir mal ein bisschen Art, glaube ich Ich mag Art Obwohl, Irden wäre wahrscheinlich gut, ja Kill em all, man Oh nein, nicht du, nicht du Den Chef will ich noch nicht bekämpfen Der Chef, der kommt als letztes dran Oh scheiße Ich will den Chef noch nicht töten, danke Aber jetzt Ah, du Sack I kill you Da ist ein bisschen Art Haha Guck mal, jetzt habe ich sogar Volltest um Das wird was heißen Ach komm schon jetzt Ich stirb schon Ja, alle eingekesseln Dann haut ihn weg, den Penner Sehr geil Eisenringe, sehr cool Und noch ein bisschen Oh, noch mehr Uh, Rüstung aufwerten Was zur Hölle Ach, Aufwertung der Rüstung Bringt's das? Sollen wir das machen? Sollen wir die einfach mal nutzen? Kann man später sicher wieder entfernen, ne? Sie übertönt damit einfach nur ihre Unfähigkeit hier irgendwie schon Da hätte ich doch fast mein Bierchen vergessen Prost Prost, Pain Säufer wieder hier Wahrscheinlich, Chiro, wahrscheinlich Ich muss alles einsammeln Das geht doch nicht Äh, nein, ich wollte nicht Oh, Rab Ich habe doch Rabes Rüstung Yay Ähm, was habe ich jetzt mit der Rüstung? Ich habe mein Stahlschwert weggebracht Du sollst das Stahlschwert behalten Ich will aber Rabes Rüstung Guck mal, die haben wir noch aus dem letzten Episch Geil Plus zwei Rüstung, wow Mehr Vitalität Einäscherungsresistenz Blutenresistenz Giftresistenz Ach nee, links ist das Giftresistenz, Blutenresistenz Wow, aber die Rüstung, die ich jetzt habe, ist besser Willst du mich verarschen? Ja, okay, die hat mehr Rüstung Aber, na, egal Abgenutze Lederschuhe Die nehmen wir auch Die Hosen Des Magiers Bonus zum Zeichenschaden Oh, Zeichenschaden ist cool Und wir haben ja noch eine normale Lederjacke Okay Ähm Das Kurzschwert und das Stahlschwert sind genau das gleiche Wow Ich behalte trotzdem Stahlschwert Achso, das hier hatte er vorher Okay, wo auch immer das herkam Chance auf sofortige Tötung Oh yeah, nehmen wir Uh Runen Sie Heal aus Mahakam Das ist ein Stahlschwert Das ist aber noch besser Ja, bitte Und Langschwert Mehr Schadensreduktion beim Blocken Ist mir egal Wir haben noch das Hexer Silberschwert Und das Arandite Oh, wir tragen echt Arandite Das ist ja voll geil Ja, dann bleiben wir bei Arandite Sau gut, dass wir das mitgenommen haben Seht ihr, das haben wir nämlich auch alles aus dem ersten Teil mitgenommen Das Silberschwert und die Rüstung Sehr cool I like it Okay, haben wir sonst noch irgendeinen sinnvollen Chromes Jacke, Hosen Nee, nee Aufwertung können wir nochmal nutzen Ja, werten wir auf Geil, Leute Geil Ich überziehe mal ein bisschen dabei Und sonst brauchen wir erstmal nix Ist ja sonst nix mehr Nö Ich spiele gerade eine Runde Stellaris Warten wir mal, welches System genau neben meinem Startsystem Sol, Jessibald Sol Und hallo Jessibald Ja, Sol wahrscheinlich, Jessibald Ist egal Dann kann man sie nicht rückgängig machen Würde eh nicht die beste Verbesserung sein Geil ist reich, Duggerpain Ja, ich mach hier alles allein Ist cool Wir gehen mal Nee, Leute Da mach ich doch nochmal einen Cut Wir dürfen ja erstmal eh nur hier sein In unserem Ausbildungsgedöns In so einem Trainingsding Äh Der Nara, dem meinte ich Soll die Regeneration nehmen Aber dann nehm ich die Regeneration im Kampf Ähm Die ich nicht kaufen darf Okay, cool Dann Das darf ich auch nicht Darf ich überhaupt irgendwas? Ah, die dürfte ich Dann dürfte ich die drei wohl Okay, dann nehmen wir die da Mehr Regeneration läuft Läuft, läuft Besser als nichts So Leute, aber ich mach hier doch mal einen kleinen Cut Denn Oha Manu An vorderster Front Machen wir Äh, ein bisschen später Nämlich gleich Aber ich muss mal auf Toilette Also Bis zum nächsten Mal, Leute Tschüss Bis zum nächsten Mal, Leute Bis zum nächsten Mal, Leute